Die größte Gnade auf dieser Welt ist, so scheint es mir, das Nichtvermögen des menschlichen Geistes, all ihre inneren Geschehnisse miteinander in Verbindung zu bringen. Willkommen bei Benni und Steve, mein Name ist Steve, neben mir sitzt Benni und wir spielen den Prolog von Dieselatium. HP Lovecraft war zurück dazu sagen, mega geil, komm, lass uns das Spiel starten. Das Spiel ist schon gestartet, wie es da drin statt, oder? Bye! Anthem the Madness, oder? Geil, okay. I'm so excited. The decline began when human beings neglected their true gods and forgot about their existence. Blinded by the false promise of paradise, they ceased to be fearful of the wrath of the great old ones. And chaos started to reign over the world. At that moment, the god who had been the beginning and end of all things, and whose name was synonym of terror, began to prepare his return. To fulfill his purpose, he would need the assistance of someone who had stared directly at the abyss. Someone with a similar thirst for revenge. Someone aware of the fake nature of the god they had put their faith in. Where am I? I was wandering around the desert after they took my baby from me. My little boy. And there was a light. Am I dreaming? Ja. Ist das so ein Point and Click-Dingensbummens? Ist so ein bisschen wie Game for Anna. What a strange star. Okay. Könnten jetzt nach da laufen? Ist so ein bisschen aus wie in der Toskana irgendwie, oder? Und nach da. Aber... Nimm eine Richtung. Also wollen wir einfach dem... What a strange star. Folge dem Licht. Folge dem... Fremden-Stern. Okay. Steve, wir sehen dich noch. Oh, eine Stadt. Ulta. There seems to be a village over there. Ulthar? That doesn't sound familiar. What is this place? Hm, dann gehen wir noch mal ein bisschen rein. Oder ich mir jetzt besser umschauen soll. Äh, äh. Also, wie findest du das, Benny? Find das ziemlich nice, so vom Look her. Wir finden sehr gut. Wir finden sehr gut. Ja, weil, also... What the fuck? What was that sound? Genau. Is... Is anybody there? Okay, newspaper. Okay, newspaper. December 2020. Casey Jones, the legendary NBA point guard with every possible title, dead at 88. The Celtics Idol won 8 championships as a player, another 2 as a coach, 2 as an assistant, 2 in the NCAA and on Olympic gold. Geil, okay, da ist jemand, ja, ein ehemaliger geiler NBA-Star gestorben. Äh, und weiter? Ja, viel geiler, irgendwie kennst du den Namen? Casey Jones? Also anders geschrieben? Aber sagt ihr dir wat? Nee. Echt? Chat, sagt ihr euch wat? Casey Jones? The 27th Review, the post-Brexit trade agreement before its provisional application. The European Union started this past Friday the processing of the trade argument that was signed on the Christmas Eve between Brussels and London. Was the star of Bethlehem a planetary conjunction? The peer-enclosed proximity of Jupiter and Saturn in the sky on the December 21st constitutes of one of the most spectrically astronomical events of 2002. Ah, nee, 2020, nicht 2002. Ne, wisst ihr Bescheid. According to several researchers, a large conjunction of bright planets similar to this one could provide a siphon, 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 tiefon. Meine Fresse. Scientific. Danke. Bases for the star of Bethlehem. Okay. Krass. Was ist denn das für eine Violine die ganze Zeit? Das ist, komm, 257, wer ist das? Das ist, was ist das, die wir hören? Also wenn es so ist, dann ist natürlich auch hier wieder eine Verzahnung von mehreren Geschichten irgendwie der Fall. Ja. Und zwar könnte es, äh, Erichs Zahn sein. Okay. Wird jetzt nicht sagen, es gibt eine Geschichte von, von Lovecraft. Die Musik des Erichs Zahn. Und das war halt ein durchgeknallter Geiger. Wurde schön passen irgendwie. In der Zeitung stand jetzt was von einer, von einer Sternkonstellation. Ja. Ähm, laut Lore ist es halt so, dass quasi die Alten wiederkehren können, aber es steht halt so, nur wenn die Sterne günstig stehen. Ansonsten können sie nicht existieren. Wahrscheinlich wird auf diesen, also auf dieses Ereignis hin, sag mal, zugesteuert. Aufgrund dieser, also auf diese Sternkonstellation wird anscheinend in diesem Bericht zugesteuert. Nein. Nein. Absolut, absolut. 257. Geile Geschichte. Wo das ist? Kadath Central Square. The unknown city. Home of the great ones. Protected by the giant guardians of stone. Birthplace of all wisdom. Fuck you. Was ist denn jetzt hier los? Die erste Katze, die jetzt hier... Löwe? Es scheint, die Ruhe ist näher. Ich muss einen seltenen Ort finden. Es ist öffnet. Ich glaube nicht, dass ich es öffnen kann. Gehen wir da lang. Alles gut. Ja, auch da gibt es wieder eine Geschichte. Die Katzen von Ulta. Ja, wir sind jetzt in Ulta. Shit. Warum sind wir jetzt zurückgelaufen? Da will ich doch gar nicht hin. Verdammt. Okay, warte. Warte mal zurück. Wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Bevor wir gecatcht werden. Äh. Okay. Hey, warte mal. Du kannst doch mal in die Ecke da laufen. In die hier? Oh ja. Nee, warte zurück. Okay. Shit. In die andere hätte es wohl mal laufen können. Aber ist die andere nicht zurück? Oh nee, die ist zurück. Shit. Okay. Verdammt. Ich bin verwirrt. Wenn ich nicht W-A-S-D nutzen kann, dann bin ich verwirrt. Hier rein, ne? Saß du? Nee, nee, nee. Ein bisschen weiter noch nach rechts. Ja, nach rechts. Da. Genau. Da hin. Äh. Oh, eine Leiter. Hm. Eine Leiter. Kann ich die mitnehmen? Ah, eine Leiter. Vielleicht müssen wir irgendwo einen Punkt finden, wo wir die Leiter benutzen müssen. Kann ja auch sein. Ach so. Also erstmal wieder zurück, sagst du? Genau, das war irgendwie später noch eine Leiter brauchen. Okay. So, da kommen wir nicht rein. Also hier wäre ja nochmal. Weil hier geht es ja zurück. Genau. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Kaffee. Guck mal, da oben ist nicht. Da oben ist nicht. Da oben ist nicht. Da oben ist nicht. Da sind Leute in diesem Haus. Vielleicht können sie mir helfen. Ja, aber ich kann da nichts. Nee. Kann da nichts machen. Oh, geht die Leute doch mal an. Ey, wäre das geil. Also wäre jetzt nicht geil, wenn Kutulu da gleich angeschissen kommt. Aber ansonsten. Schön da. Wisstet? Die Wand ist zu hoch. Wenn ich es etwas hätte, um es zu kleben. Das könnte sinnvoll sein, um in das Haus zu kommen, bevor das Ding kommt. Die Wand ist zu hoch. Wenn ich es etwas hätte, um es zu kleben. Oh, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich mich über die Wand gehen. Oh mein Gott. Das schreckliche Feind hat mich almost töten. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Mach dir selbst komfortabel. Es ist nicht so gut, dass du alleine in den Städten auf der rechten Seite auf der rechten Seite gehen kannst. Für mich ist die jetzt auf der rechten Seite. Ja, vor allem das Bild da von den Typen da. Von den drei Dudes da drauf. So geil. Wer sind denn diese Leute? Ja, wer sind denn die nur? Hm. Eissig. Oh. Es ist wahrscheinlich nicht eine gute Idee, um ein Strangers-Things zu touchen. Geht er damit, den Alkohol? Es ist wahrscheinlich nicht eine gute Idee, um ein Strangers-Things zu touchen. Okay, hier. Ich kann nicht verstehen, dass ich diese Sprache nicht verstehe. Du kannst nicht, was du... Okay, Stevie, für dich. Hier, zum Lesen. Ritual. Ritual. The body must have been dead for more than 12 hours, but less than 36. When it arrives against, after the ritual's wounds will not heal. So, if the body is expected to walk, the legs must be untucked. The ritual must be performed before dawn and after nightfall. The body must not be exposed to sunlight from start to finish. It will be necessary to trace the lithium of Ithaca around the body. The body must be drawn with the blood of the person performing the ritual, who will be the one giving order to the body once it has been raised. It will be engraved with a sharp object, starting on the chest and back, on the hands and feet and finally in the iris. The same litany, litany, will be drawn upside down on the body of the person performing the ritual, using the blood of the body being raised. The litany of Ithaca must be pronounced. The chant should not stop at any time and it must continue until the body begin to move. The person performing the ritual will be able to control the body and see through its eyes. However, for each day of control, the body of the master will age one mouth. One. One. Äh, ja, äh, äh, toll? Also wer schonmal die Frage war, weil wir sind da draußen gerade von so nem knillig angegriffen worden irgendwie. Wer hat quasi, wer, wer steuert denn gerade? Ähm, sie? Ne, glaub ich, oder? Ne, könnt mir jetzt nicht vorstellen, oder? Da müsste sie ja überall ebenfalls Wunden haben. Ja. Mach mal so auf den Rücken. Ach, schön. Ja, kann ich nachvollziehen. Pikmin. Oh, komm, Alter! Oh, komm! Oh! Haben wir so ja tatsächlich, äh, selbst als, äh, äh, Projektplans auf dem Kanal. Okay. Ich bin so lost. Kannst du erraten, wie es heißt? Nein. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Es steht so in deinem Chat. Es steht so in deinem Chat. Pikmin's Modell? Haben wir das ja echt gerade? Pikmin's Modell. Haben wir das gespielt? Ich hab's gespielt. Ich hab's gespielt. Na, aber du hast ja doch geschnitten. Ja, weißt du, wie viele Sachen ich schneide? Es ist, äh, ja... Oh Gott. Necronomicon. Welches Buch ist das? Die Koffer scheint, dass wir von... ... menschlichen Haut? Oh! Was? Da! Nialatotep. Das Koffer-Kaos und einer mit 1.000 Gesichter-Messenger von Azeroth. Azeroth. Entschuldige bitte. Variona, hey, grüß dich. Na? Willkommen. Was haben wir hier? Ist das jetzt das Necronomicon, woraus wir jetzt hier zitieren oder was? Oder wie? Ja, das ist... Pflichtlektüre. Hast du das nicht in der Schuhe gehabt? Nein! Was ich erstaunlich finde, irgendwie... Tatsächlich, wenn ich jetzt ein Buch in der Hände hätte, ich wüsste nicht, ob es Menschenhaut ist. Also wenn da jetzt nicht ein Tattoo ist, irgendwie. Oder ein Leberfleck oder irgendwas krass ist. Könnte ich jetzt, glaube ich, nicht von... ... normalen, äh, 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 Leder unterscheiden. Ja, also... ... nee, also... Könntest du es? Wahrscheinlich nicht. Also, nee. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob Menschenhaut da so eine, so eine, so eine krasse Eigenheit hat, irgendwie, dass man sagt, so... Oh, ja. Oh, das... Ja, Mensch. Wiss ich nicht, also könnte das nicht unterscheiden. So, okay, mit der Oma können wir das machen, ne? Doch, wir können mit der reden. Aber es immer... Ah, okay. Wo bist du? Was ist da passiert? Wo bist du? Mein Name ist nicht relevant. Es wurde verloren in die Tides der Zeit. Die wichtigste Sache hier ist, wer du bist. Also, ich muss sagen, ich dachte, du wärst... ...wäh, ich dachte, du wärst ein Mann. Seine Entscheidungen sind immer ein Mysterium. Uh-huh. Was ist hier passiert? Wo bist du hier? Du bist hier? Du bist übernommen, das größte Gift der ganzen Welt. Er hat dich entschieden, von jedem, der immer war oder sein wird. Ich weiß, dein Herz ist voll von Angst. Aber bald wird sie geschehen. Er wird wegnehmen. Er wird wegnehmen. Er wird wegnehmen. Er wird wegnehmen. Wo bin ich? Das ist dein Zukunft. Aber auch dein Vergangenes und dein Präsent. Das ist wirklich ein Ort. Das ist ein Konzept. Ein, das ist in dir. Und in dem Moment, in ihm. Interessant. Okay. Was war das Ding, die mir folgte? Das Ding war ein Ghoul. Wenn sie hungry sind, sie werden violent. Aber keine Angst. Soon, all of his kind will follow your orders. Und wer war das... ...Him, das du sprachst? Er ist alles. Er ist Licht und Schmerz. Er ist Leben und Tod. Er ist das Beginn und das Ende. Er ist älter als diese Erde, die wir übergehen. Er reint durch die Kräcke der Zeit. Und er wartet für dich. Und was muss ich, um ihn zu kommen? Er zu kommen wird nicht leicht sein. Aber wenn die grüne Star in der dunklen Skye schlägt, wird die Tür zu Ralei öffnen. Er braucht den Schlüssel. Er braucht den Schlüssel. Ich? Was für? Birne Omer. Ihr wird sein. Er wird sein. Bei seiner Fertur ist das Zeit für seine Rückkehr. Und du sein sollst. Er wird sein. Obt ihr alles sein kann. Erst, was ist, muss sie ver pinschern. Es tut mir leid, mein Kind. Du werden für deine Erwartungen beobachtet werden. Once deine Aufgabe ist complete, du kannst du für jeden Böhm, sogar für deine Kindheit wiederholen. Jetzt geht's. Es ist Zeit, dass du dein wahrer Gott kennengelernt hast. Und erinnert, dass das nicht die Schuld, die die Eterne lieben kann. Und mit ähnlichen Aeons, sogar die Deathen sterben kann. Schönen Sie tot. Aber hat die nicht gerade noch was vom Schlüssel erzählt? Also, achso, okay. Frage über Ende. Der Schlüssel muss hier sein. Ich habe doch gerade den Schlüssel abgenommen, genau, okay. Weird, diese Tür war nicht vorhin gelockt. Das funktioniert hier nicht. Weird, diese Tür war nicht vorhin gelockt. Das ist nicht das gleiche Stadt. Ich muss ins Relais, damit ich meinen Sohn zurückkehren kann. Das ist ein schwieriges Symbol. Ich wundere, was das bedeutet. Die Tür wird nicht öffnen. Es gibt vielleicht einen anderen Weg in. Jack Torrance, husband and father. Overlook will always remember you. Sutter Cain, your books took you to the top. And then became your downfall. You will forever live in these pages and beyond. Sagt mir alles nix. Echt nicht, Alter, Mischte des Wahnsinns. Ich habe keine... Ahhhh, was ist das Hausaufgaben? Ich habe immer noch gespielt. Das droht da hinten in der Ecke. Wie du zeigt, das bringt doch so richtig viel irgendwie. Das droht da hinten in der Ecke. Hier, meine ich? Ja, das ist nichts. Fußbodenheizung ist mal richtig geil. Hätte ich auch gerne. Abdul Alhazred, der schmerzliche Sorcerer. Das klingt verrückend. Jackson Elias. Writer. Adventurer. Adventurer. Freund. Dein Leben war ein Adventurer. Ist das hier ein Hammerkopf? Ich liebe die Easter Eggs. Okay. Oh, nice. Was? This must be the head of a mallet. Okay. Okay. Cool. Gut gesehen Stevie. Hammer time. Pamela Voorhees. Loving mother and exemplary neighbor. Okay. Was hier? Ellen Ripley. We owe you everything. You will always be inside of each of us. Okay, Stevie rastet aus. I, 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 I don't get it. Der Ellen Ripley, man. Ey, in Isolation. Was ist los? Ellen Ripley. Ja, also Ripley hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich damit irgendwie verbunden. Aber ich dachte, es ist halt Cthulhu und I don't know. Vielleicht gibt es ja diesen Charakter ja öfter als nur einmal. Ich saß einfach mal so. Blob. Paul Naschi. Ich will nie auf Vollmondnights bleiben. Wer? Soll ich mal? Paul Naschi. Ich will nie auf Vollmondnights bleiben. Kenn ich nie. Wenigstens. Danke, Herr Junger. Danke. Herr Junger ist genauso lost wie ich. Danke. Danke. Herr Junger, ihr habt ja auch etwas hin gepackt. Pamela Voorhees. Loving mother and... Studierst du mal schön durch und dann reden wir nochmal. So, wir gehen, wir gehen weiter gucken. Vielleicht würden wir ja noch einen Stiel zu unserem Hammer. It's a hammer time. Oh, hier ist nochmal so ein Zeichen. Ich sah das gleiche Symbol an der Entrance des Tempels. It's true, 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 true. Tatsächlich sind die Sachen auch relativ gut versteckt, muss ich sagen. Und die sind, also die ploppen dir nicht so vor uns das Auge. Wir brauchen einen Ethan. Irgendwie... White Family. Stimmt, Ethan! Stimmt. Sawyer Family. Sawyer Family, okay. Was ist das? Marsh Family. Marsh Family. Marsh Family. Man kennt sie aus Innsmith. Okay. Hier müsste ich eigentlich mal... Benni, hier müsste ich eigentlich mal einen Easter Egg Counter machen. Irgendwie nachher im YouTube Video. Oh, warte mal. Hier vorne ist ja der Stiel vom Hammer. Oh, sehr gut, danke. Nicht die jetzt miteinander... Das Stück von Holz sieht aus wie ein Handel. Oh, das Stück von Holz sieht aus wie ein Handel. Oh, cool. Es funktioniert! Nice! Ich mag diese Überblenden ins Weiße überhaupt nicht. Also da krieg ich jedes Mal... Oh, wo sind... Oh, zum... Ah, lol. Okay. Okay. Question not and hear my words. I am the great old one. I am the cosmic horror. The contradiction to all your irrelevant laws and morality. I am the terrible truth that you have decided to forget. The time has come for my return. Very soon the skies will turn to fire. The seas will rise to welcome their creator. And at the dawn of that day... Only the chosen ones will walk the new world. Here is your art, my child. I've dreamed of you for aeons. Only someone who has known the greatest of horrors... Will be able to open the threshold to that world for me. To fulfill this task, you will have to sacrifice another part of yourself. But do not fear my daughter. When this is over, you will be able to have anything your heart desires. Now that you have part of my power and immortality. Go and prepare my return. Which now takes place in front of my eyes. But you will carry out in thousands of years from now. When the planets will align again. Believe in me and all the answers will be revealed to you in due time. For I live in you. Awake. The two times we have to survive. See here was übrigens this little speck of stone. This mega speck of stone. Also this one from speck of stone. Okay. Also the one that you �ому grab your question? True. So this double build. This damn guardian. So now you're going to be어� לש including EDR. Ohhhh, ich bin so vorbei, nein! Ach man, no! So, das war Desolatium, der Prolog. Ich bin mega effektiv, muss definitiv hier ein Full-Game haben, irgendwie. Wenn ihr spenden könnt, wenn die irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne machen oder sonst irgendwas, irgendwie, haut's rein, irgendwie unterstützt die Dudes, da muss ein Full-Game ran. Es muss ran. Also ich bin richtig gehypt gerade. Richtig. Von mir gibt's einfach mal tausend Daumen dafür, tausend. Macht's nach, lasst vielleicht für den Video einen Daumen nach oben da. Unterstützt vielleicht den Kanal, wenn ihr wollt, irgendwie, wenn ihr's nicht schon habt, helft ihm zu wachsen und wir sehen uns, wenn Benni gleich mit seinen letzten Worten abschließt, beim nächsten Projekt wieder. Ich bin verwirrt und, äh... Hahahaha KTURLUF TAKEN!